Julian Engels verärgerte Pietro Lombardi auf Instagram mit einer Aussage über Söhnchen Alessio. Inzwischen haben sich auch Sarah Engels und Laura Maria Rüpa geäußert. In der Patchwork-Familie Lombardi, Engels hängt der Haussegen schief. Grund ist eine Instagram-Story, die Sarah Engels' Ehemann Julian Engels am Montagmorgen absetzte. In dieser ist zu lesen. Heute Nacht, ganz klar 1 zu 0 für die Kids. Mama Papa sind etwas müde, der Große konnte nicht gut schlafen, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat und war gefühlt 100 Mal wach. Pietro Lombardi wehrt sich gegen Falschdarstellung. Da viele FollowerInnen wussten, dass der 8-jährige Alessio Lombardi sich am Wochenende bei Papa Pietro und Laura Maria Rüpa befand, sah sich der Sänger genötigt, auf den Beitrag zu reagieren. Nach eigener Aussage habe Engels sogar darum gebeten, die Story wieder zu löschen. Ebenfalls auf Instagram kritisiert Pietro Julian, warum ruft ihr nicht an? Nein, du postest einfach eine Story. Das sei nicht korrekt gewesen. Man hätte miteinander sprechen können. Somit schreiben die Leute, wir sind verantwortungslos. Und das kann ich nicht stehen lassen. Zwar schätze er Julian und alles, was er für Alessio tut, allerdings habe er kein Verständnis dafür, dass Engels seiner Bitte nicht nachkam. Lombardi schiebt es auf ein gekränktes Ego. Ich kann es nicht stehen lassen, dass ich ein verantwortungsloser Vater bin. Auch Rüpa sei sich ihrer Verantwortung für die Kinder sehr bewusst. Julian Engels schießt zurück. Engels hat inzwischen zum Streit mit Lombardi geäußert. Ich verstehe nicht, warum du dich so angesprochen fühlst, so der ehemalige Profifußballer. Lombardi habe das Thema jetzt selbst zu einem gemacht. Er unterstellt dem Sänger mit seinen Äußerungen nur neue Schlagzeilen erreichen zu wollen. Aber das ist nicht cool. Gerade nicht für den Kleinen. Außerdem wies er Lombardi darauf hin, dass er sich nicht schützend vor ihn stellen müsse. Lombardi reagierte verstimmt auf die Antwort des Neuen seiner Ex-Frau. Belass es doch einfach dabei. Ne, du musst noch mal einen Text dazu schreiben. Bruder, ich brauch keine Schlagzeilen. Als ich schon Schlagzeilen hatte, hast du noch in der A-Liga Fußball gespielt. Ich brauche keine Schlagzeilen. Ich spiele Arena-Shows ausverkauft. Hab treue Fans. Ich brauche das alles nicht. Er habe nur sich und seine Partnerin verteidigen wollen. Sarah Engels und Laura Maria Rüper äußern sich. Auf Instagram erklärte Rüper später, ich werde mich nicht zu dem Thema äußern. Wir können uns ja alle unseren Teil denken. Ich weiß, was ich mache, wie ich es mache. Ich weiß, dass ich eine gute Mama bin. Sarah Engels versuchte später zu beschwichtigen. Diese Story von Julian heute Morgen war in keinem Fall gegen irgendjemanden gerichtet, oder sollte in irgendeiner Form angreifend sein, so die Sängerin. Ganz im Gegenteil habe ihr Mann nur zeigen wollen, dass es um ein alltägliches Thema geht, das viele Familien betrifft. Wir haben uns heute Morgen bereits persönlich dafür entschuldigt, dass dies hier falsch aufgefasst wurde, und auch erklärt, dass Julian nicht einmal den geringsten Ansatz hatte, damit auf irgendetwas hinzudeuten, und wirklich keinerlei böse Absicht hatte. Das Thema sei bereits geklärt gewesen, so Engels weiter. Verstehe daher nicht, wieso man das nun so in der Öffentlichkeit austragen muss, oder beleidigend wird.